So, da sind wir in Mission 4, der Spring-Tension-Kampagne für den Mi 8. Wir sollen diesmal unseren betagten Helikopter zur Wartung bringen und dabei einen neuen abholen. Wir sind ja in Russland, da werden Wartungsarbeiten erst gemacht, wenn die Dinger schon auseinanderfallen. Das ist auch die große Schwierigkeit in der Mission. Der Helikopter fällt quasi Schritt für Schritt auseinander, während wir dahin fliegen. Wir haben dann auch eine Entscheidung zwischendrin zu treffen, aber da gehe ich dann später drauf ein. Ansonsten ist das Video natürlich gekürzt auf eine ansprechende Länge. Viel Spaß beim Anschauen. Sieg auf die Seite des Sieg aufs Schnell. . 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 Heading 010. Engines are maxed. Suggests we disable dust protection. We won't make it over the ridge with them eating up power. Heading 010. Engines are maxed. Heading 010. Engines are maxed. Heading 010. Engines are maxed. Commander, radar altimeter malfunction. Great! Just what we needed. The height is up to 3000 here at the ridge. Visibility is excellent. The pressure altimeter is still good. We're okay to proceed with the flight. I'm scared. I can't take time. This is a best position. It's gonna be a good shot. I'm afraid. I'm a bad hit. This is New York City. We are approaching the Roki Tunnel. Love that winding road leading up to it. I can see one of our outposts near the tunnel entrance. Heading 300. We've got another 4 km to the border. I'm from the Sir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, bei dem Zustand unseres Helikopters und bei der Entfernung noch bis zu diesem Mosdok habe ich mich entschieden, nach Beslan zu fliegen und dort zu landen. Deshalb drehen wir jetzt ab und versuchen unser Glück bei Beslan. Zur Auflösung kann ich vielleicht jetzt schon sagen, dass ich die Mission auch nochmal ein zweites Mal gespielt habe und dabei in Richtung Mosdok geflogen bin. Das klappte natürlich nicht, der Helikopter ist Schritt für Schritt auseinandergefallen. Dabei ist die Maschine ausgefallen, dann ist es in Brand geraten, dann ist das Hauptgetriebe in Brand geraten und dann ist natürlich der ganze Helikopter irgendwann mal abgestürzt. Untertitelung des Südopperänen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, auch beim Lanken gehe ich hier auf Nummer sicher. Wie ihr seht, ist die eine Maschine schon komplett runtergefahren. Ich lande also auf der Rollbahn und rolle dann bis zu unserer Parkposition. Das habe ich ein bisschen eingekürzt, damit es nicht so lange dauert. Untertitelung des ZDF, 2020 1, 0, 3 1, 0, 3 1, 0, 3 1, 0, 3 We are back in the ground today. Thank goodness for that. Nearly killed the poor bastard. What poor bastard? Me, who else? Askeza, Kateri Askeza Fastball Askeza Tsust Untertitelung des ZDF, 2020